Das Unikatum Kindermuseum Leipzig ist ein Museum mit wechselnden Jahresausstellungen zu gesellschaftlichen Themen in Leipzig. Die interaktiven Ausstellungen zum Mitmachen und Entdecken richten sich vor allem an Schüler und Familien. Ausstellungen und Museumscafé umfassen eine Fläche von 200 Quadratmetern im Gebäude des historischen Café Götz im Leipziger Ortsteil Plackwitz. Das Museum wurde 2010 von der Ausstellungsplanerin Annegret Hensel gegründet, wird von einer gemeinnützigen GmbH getragen und von einem Förderverein unterstützt. Zum weitaus überwiegenden Teil wird der Betrieb der Einrichtung durch ehrenamtliche Arbeit ermöglicht. Alljährlich beteiligen sich Schüler im Rahmen einer Sommerwerkstatt an der Erarbeitung und Gestaltung der neuen Jahresausstellung, die jeweils im Herbst eröffnet wird. 2012 erhielt die Einrichtung den Sächsischen Preis für soziokulturelles Engagement der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. 2014 gewann das UNIKATUM Kindermuseum den erste Platz des Familienfreundlichkeitspreises der Stadt Leipzig. Ausstellungen 2010-2011 Thaler Thaler – eine spielerische Geschichte des Geldes 2011-2012 Oh Gott – eine Reise durch die Welt des Glaubens 2012-2013 Ach du liebe Zeit 2013-2014 Papa la pap im Dschungel der Sprache Wir haben 24 Uhr Wir haben sich in unseren Verband um das Einrichtungen about their team oder YouTube zu reden. Abaker – die operativ congestion Medieträume Im hohen als ein unter